hallo leute und willkommen hier bei me apple cat und zum allerersten me apple cat podcast ja nein es geht aber heute um ein produkt damit könntet ihr einen podcast wunderbar bestreiten und das wäre ja ein podcast mikrofon oder generell ein kondensator mikrofon aus der ich sag mal etwas niedrigen preisklasse einsteiger klasse und das hören wir uns heute mal gemeinsam an ich wechsle immer wieder zwischen den tonspuren ich nehme den ton nämlich einmal hier mit dem sudotec auf und einmal ganz normal hier mit dem iphone und mit meinem rode ansteck mikrofon das ich hier unten habe und ich switche immer mal wieder hin und zurück damit ihr auch einen guten eindruck habt ja wie jetzt sie die tonqualität ist im vergleich zu meinem standard ton den man erkennt und natürlich die tonspuren hier sind unbearbeitet ohne filter ohne irgendwas sondern wie die rauskommen haue ich dir hier ins video rein damit wir auch einen ja ungefilterten eindruck davon bekommen so ich sitze hier jetzt wunderbar hinter meinem mikrofon und habe das macbook hier vor mir und das gibt mir dann einen kleinen vorteil im vergleich zu sonst dass ich hier einfach mal die technischen daten euch ein bisschen runter lesen kann das hier ist ein usb mikrofon also das kann man per plug and play einfach anschließen an den pc an den mac ich brauche hier noch ein adapter von usb auf usb c aber auch das funktioniert plug and play man braucht keine treiber kein gar nichts anschließend läuft also das ist schon mal eine sehr schöne sache dann haben wir hier oben dort ist der anschluss vom usb kabel am mikrofon und das ist ein usb b kabel ja ich werde das hier mal einblenden denn das usb b kabel ist wahrscheinlich den wenigsten von euch bekannt mir auch nicht so wirklich aber okay hier usb b und da unten usb a und anschließend los kann es gehen man kann das sogar hier mit dem smartphone verbinden also mit dem iphone mit einem android phone da braucht man aber noch so ein odb kabel oder moment OTG kabel so heißt sie OTG kabel und dann kann man das große mikro sogar mit seinem smartphone koppeln wenn man das denn möchte okay haltet euch fest hier kommen die technischen daten wir haben eine abtastrate von bis zu 24 bit und 192 kilohertz und der frequenzbereich liegt bei 30 hertz bis zu 16 kilohertz glückwunsch für jeden der damit was anfangen kann ich höre einfach später hin und sagt was mir besser gefällt und ich habe es natürlich auch schon benutzt plug and play funktioniert die soundqualität ja immer im preisverhältnis zu 55 euro oder 56 euro was das ding hier kostet ist wirklich ordentlich also ich finde hier kommt ein ordentlicher ton raus natürlich ja mikrofone das ist das gleiche wie ja kameras da gibt es eine preis range von bis ihr wisst was ich meine also von richtig günstig bis richtig teuer und das hier ist eher richtig günstig preis leistungsmäßig passt das gesamtpaket aber denn ihr bekommt alles mitgeliefert was ihr hier seht wir haben einmal diese befestigung diesen halter den man an den tisch anschrauben kann dann können wir das mikrofon dabei noch ein bisschen drehen wir können dann auch hier den arm in der höhe verstellen nach oben nach unten also so wie man das echt braucht wir haben hier noch einen pop schutz dran der pop schutz ich schneide mal um jetzt auf das rote mikrofon das ist das das ist das teil hier das wird also vor das mikrofon einfach nur davor gemacht damit diese pop geräusche wenn man irgendwie popcorn sagt oder so damit es da nicht unangenehme geräusche im mikrofon gibt und die werden dadurch aufgefangen außerdem haben wir noch einen windschutz den wir ja auch noch mal drüber ziehen könnten wenn wir das mikrofon draußen benutzen und es ist ja schwingend gelagert aufgehängt um eben hier erschütterungen ja am maximal zu reduzieren für eine gute wiedergabequalität und eins muss ich sagen freunde sitzt man hinter so einem mikrofon kommt man sicher schon fast professionell vorher und professionell ist wahrscheinlich auch die nieren charakteristik hier des mikrofons also es nimmt schall auf der von vorne kommt und dadurch soll der hintergrund schall oder hintergrundgeräusche da noch mal ein bisschen besser ausgeblendet werden also somit soll man es gebrauchen können zum podcasten zum video vertonen zum wenn man spiele spielt oder auch musik vielleicht aufnehmen möchte ein bisschen gitarren geklampfe oder sowas für all die sachen soll es gut geeignet sein ich habe natürlich jetzt hier nur sprache getestet aber ihr habt ja jetzt sicherlich schon selbst gehört wie jetzt hier der klangunterschied ist und könnt dann für euch selbst entscheiden ist das was oder ist das eher nix ich finde preis leistungsmäßig ist das hier eine gute sache ich finde für 55 euro kann man machen doch wirklich hier ist alles solide und gut verarbeitet alles metall und lässt sich gut befestigen gut verstellen macht einen guten eindruck kann ich echt nur so sagen sagt mir doch mal was haltet ihr von dem sudo tag usb mikrofon ist der klang gut ist er ausreichend ist er nicht gut entscheidet mal selbst und schreibt mir gerne in die kommentare wenn ihr das teil ausprobieren möchtet ich verlinkt euch wie immer hier unten in der video beschreibung dann könnt ihr euch das mal bei amazon bestellen ausprobieren und mal schauen ob es dann für eure zwecke geeignet ist ich finde es auf jeden fall preis leistungsmäßig völlig in ordnung und ja verabschiede mich dann aus dem allerersten mi apple cat podcast sozusagen und sage tschüss und bye bye bis zum nächsten mal euer mi apple cat macht's gut